So, Rio Hayato, wieder für euch am Start, nach einer Zwischenpause, weil ich im Garten arbeiten musste. Ja Leute, Arbeit, ich, Rio Hayato, arbeiten, das ist doch wohl ein Witz. Vor allem sowas, eine Arbeit wie in körperlicher Anstrengung. Ich meine, das hier ist schon physische Anstrengung und psychische dazu. Vor allem im Spiel kriegt man eine Macke. Bam, Stil. Vor allem wird man voll Akku. Nein, nein, ich hab schon wieder getan, ich volltrottel. Ups, laufen, laufen, springen. So, und, komm schon, komm schon, fahr runter, puff. Oh Gott, ey, verarsch mich nicht. So, laufen, springen, oh Gott. Oh Gott, tala. Hui. Wie viel denn noch? Geschafft. Yeah, geschafft, Feder. Ah, Feder, geht auch. So, jetzt hat der Boss, aber diesmal gewinne ich. Das war eigentlich in der Zeitdruck, jetzt klicke ich ihn weg. Biss, die Hadouken ist tot. So, einen Dings noch. Jawohl. Rio Hayato obsiegt. Vielleicht dreh ich noch ein bisschen hier herunter. Ja, die Bildqualität hat sich tatsächlich verbessert. Erstaunlich. Wahnsinn. Ach, du heilige Dreckscheiße. Was ist das denn für ein Level? Das sieht bösartig aus. Ich mach schon jetzt. Ja. Über Hadouken. Was auch immer ich tue. Ich weiß nicht, was ich tue, aber es war verdammt gut. Hops. Hops. Ich seh irgendwie zu 80% nicht, wo ich hinrenne. Auch nicht? Da war er drin. Ja. Hops. Da war's auch. Okay. Welche Ede muss ich fallen? Fallen wir! Gott, ich bin so gut, Leute. Das nennt man Skill. Ja, wisst ihr? Basic Skill in Mario zu... Was? Boah, verarsche! Gerade eben Stern, der ist wieder weg, oder wie? Äh, lol. Egal, wir haben das Level beendet. Woo! Bin ja schnell. Ja, wenn ich will, kann ich das. Wunderbar! Wo sind wir jetzt? Nächste Welt! Ein Level vor dem Schloss! Es läuft doch! Es läuft wunderbar! So, jetzt hüpfen wir und fliegen wir und... Diese war doch oben ne Münze, das hat kein Sinn. Aber... Das gibt's, ey! Ich bin irgendwie zu langsam. Ah, fick dich, ey! Wieso hab ich denn Scher, weil ich nicht benutzen kann? Ich merk auch so, dass mich das Spiel nicht mag. Haha, drei Football-Männer ausgetrickst. Ja, das Level war blödsinnig. Aber, pff, Level ist Level. Ich hab's beendet. Uuuuup. So, nächste Stage. Schloss Nummer 6. Das vorletzte. Wendy's Castle. Takeshi's Castle. Nummer 6. Den jetzt... Wo? Was ist das? Ach, du Scheiße. Von dem Ding lass ich mich lieber nicht treffen. Das können wir tun. Du, Ken. Ja, ja, ja. Noch eins. Du verdammtes kleines, gelecktes Arschloch. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Ich bin tot. Ich wusste es. Irgendwo musste so ein Ding sein. Ähm, ja, was sag ich dir am besten? Scheiße gelaufen. Die ist positiv. Das ist verflogen. Ja, schön. Ich würd's gern positiv sehen, aber ich kann's nicht. Ja, das war echt... Das war echt so Glanzleistung. Das war so dermaßen die Glanzleistung. So war vier. Burn out. Ich hab erst gemerkt, dass ich noch vier Leben habe. Stell dir vor, ich bin in der Lage zu zählen. Ich bin auch in der Lage, mich zu ducken. Stirbholen so. Was ist ein Toter? Ich weiß, Tote können nicht sterben, aber in der Ehe geht's ja auch. Boah, was ist da eigentlich nichts von? Hopp. So, Flamme. Hopps. Und hopps. So, diesmal aber. Das hier rüber. Warten, warten, warten. Ah, die Stünde werden immer kürzer. Drum bin ich worden verreckt. Füß. Das Level ist scheiße. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Wie soll ich denn da durchkommen? Jetzt. Oh Gott. Jetzt. Oh Gott. Jetzt. Oh, scheiße, ey. Mitteltor. Gott sei Dank. Hä, was ist das? Oh Gott, das wird doch immer beschissen. Dieses Spiel verarscht mich am laufenden Band. Och du Heil. Dreckkacke. Hier rüber. Und darüber. Und hoch. Und da. Oh Gott, ey. Das Level hier ist der letzte. Okay, da komme ich nie mehr durch. Da werde ich verrecken. Alter, ey. Ernsthaft. Welcher Game Designer baut so ein Level? Game Designer. Check die. Oh, Game Designer. Vielleicht hat er ja vorher gekifft. Ich mach Geld jetzt. Hey, das ist das Bostürchen. Hab's geschafft. Yeah. Volle gut für's runter, Alex. Schaffst du das? Yeah. Woohoo. Zwei Treffer. Eine noch und die dumme Hure ist tot. Bam, tot. Das ist so simpel. So simpel. De 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 Rio Hayato und sie wieder alle weg. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Guck mich nicht so an, Björn. Das war geil. Das ist Skill. Okay. So, mal gucken, ob ich das letzte Level vor Bowser, weil ich auch noch schaffe. Das ist ein Wischmob, oder? Ja. Was denn wird der raus? Mario mobbt auch andere Leute. Wischmob. Wendy O'Coper in Schloss Nummer 6 hat ihre letzten Lied gesungen. Mario muss eine Herausforderung treffen, die nun bevorsteht ihm. Denn da ist ein versunkenes Schiff, das der Schlüsselweg zu Bowsers Ballet ist. Meine Übersetzung war schon mal besser. Wollen Sie sehen, ob wir es in zwei Minuten noch schaffen, dieses Level. Los geht's. Sunk'n Ghost Ship. Oh mein Gott. Wie crazy. Ist das unter Wasser vorhanden? Wie unheim. Ein versunkenes Schiff. Ich könnte gleich Angst bekommen. Wollen wir nicht, wo ich das Schiff? Vor allem, da sind Röhren auf dem Schiff. Das ergibt keinen Sinn. Nee. Geister. Ich sehe hier Geister. Macht doch irgendwie Sinn auf einem Geister-Schiff. Wow! Wo ist das denn? What the fuck? Pfff. Pfff. Die kommen ja wieder. Sie sollte dich nicht berühren. Oh Gott. Was ist das denn für ein Dreck? Also für einen Schocker haben sie damit gesorgt. Das gebe ich zu... Oh Gott. Es werden noch mehr. Haben wir vorgespielt? Okay. Es ging relativ gut. Kommt mir nicht näher. Ich habe eine Kappe und ich werde sie benutzen. Gott ist das, Asi. Besi und Asi. Lass mich doch durch. Omo, schluss mich. Boah, ihr Geister könnt mich jetzt mal kreuzwein. Ihr habt keinen Bock, noch Zeit an euch zu verplanen. Omo, tut nicht. So, abwärts. Der geilste Part im ganzen Spiel. Nene, ne, 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 ne. Ich liebe es. Es ist so geil, die Stelle in dem Spiel. Ja, guck mal, wie tief du runterfällst. In dem Schiff. Ich habe ein Ding, boah. Ja, in dem Schiff vor allem. Boah, es geht zu tief runter. In dem Schiff. I'm falling. This calling. I'm falling. What? What? Zeitlimit perfekt eingehalten. Jetzt das Geilste. Das ist geil, Musik. Die Pause, weil er hat sich geöffnet. Wir sind am letzten Abschnitt des Spiels. So ein Speicher an dieser Stelle. Wow, wie viel Aufregung das ist. So, es lohnt sich nicht, noch ein Level anzufangen. Deshalb sage ich nun, in aller Spannung, da wir soweit sind, Rio Yato und Burnout zusammen hier. Gamerpack, Doublepack, was auch immer. Ich labbe, scheiße. Verabschieden sich hier. Burnout ist auch mal was. Ciao. Ja, wunderbar. Okay, Rio Yato und Burnout klinken sich auf. Bis dann. Arrivederci. Tschüss. Auf, los. Auf, los. Auf, los. Abs.